jo leute was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute zeige ich euch mein zimmer also so eine kleine zimmer rum tour und ja und macht die glocke an daumen hoch und selbst abonniert meines kanals und ja also fangen wir an hier oben sind die ganzen spiele tipptoy ein kalender da oben ist tipptoy da oben ist noch was und meine ganzen spiele und hier ist mein kleiderschrank hier haben wir zwei bluetooth boxen also so sehen die aus die sind richtig cool vielleicht mache ich auch mal wieder drüber und hier mein mein stativ und sand art und 3er set sandbilder ist auch auf jeden fall cool und hier ist so hier habe ich meine karteikarten und hier drin sind meine ganzen vds s s darüber mache ich aber auch noch mal ein video und hier ist meine kamera die habe ich dann auch sein bekommen hier habe ich noch ein paar bücher und gehen wir eine abteilung nach unten hier habe ich mein hundebuch weshalb deshalb die erde vulkane was ist was entdeckt in dem flughafen von tipptoy dann habe ich hier die magische schule dann habe ich noch meine freunde und noch ein freunde buch gesund leben ding und mann gbl kopfhörer und gehen wir an der tausche nach unten also hier ist von mikrofon und ding und hier habe ich mein ganzes lego drin ja kommen wir jetzt zu diesen hier habe ich so ein heri potter puzzle auto hier habe ich das neue heri potter buch hier habe ich das große heri potter puzzle und hier ist mein keyboard da ist meine box und da ist mein nintendo switch hier ist mein fernsehen und dahinter stehen noch so oster sachen und hier ist mein ganzes lego 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 minecraft lego harry potter und das ist mein bett und da oben ist noch hier ist eine figur von harry potter hier mein schloss was ich selber gemacht habe mein nirgo ding was ich schon mal ein youtube video gezeigt habe und noch narschkram an der dose und spiel und hier kann man so lego rein tun und hier habe ich meine steine da noch ein stein hier sind falls ihr sehen könnt das wolf drin und hier habe ich die ganzen heri potter filme von eins bis sieben hier mein fernbedienung dann habe ich hier das heri potter schloss mit diesen ganzen leuten dann habe ich da ganz viele kartons von heri potter das ist mein absolutes lieblingskissen küssen von das denn von mein lieblingswerper und hier hier habe ich noch so ein großes poster von das sind von mein lieblingswerper und das habe ich alleine gemacht mit meiner besten freundin und hier ist mein mikrofon und hier sind das sind meine jbl kopfhörer und hier ist mein tisch mein stuhl dann haben wir hier ist eine powerbank hier sind aquadex hier sind aquadex dann habe ich so ein handy stativ und dann habe ich so ein flip ding flip slips auf jeden fall auch sehr cool und dann unter mein bett habe ich noch ja so meine kamera die da drin war meine leuchte noch ein hand stativ dann habe ich hier noch meine powerbank meine zweite für nintendo switch und ja die ganzen mario kart spiele und nintendo spiele da noch ein paar dvds da ist so mein gerümpel drin meine autogramm karten und da noch mehr gerümpel und hier habe ich meine box hier habe ich eine uhr hier ist noch eine autogramm karte von mir hier und hinten auch hier das ist von lego friends habe ich selber beklebt das ist mein hier mein zweiter akku ersatz blöcke drin noch so ein lautsprecher drei kerzen meine fitnessuhr die im moment nicht geht und hier habe ich noch diese uhr von keine ahnung von blühe dann habe ich hier noch drei kleber einmal in grün neongrün und in neonpink und hier sind meine cds meine super lieblingsidee ist die hier ja also die dann habe ich hier meine aida karten hier noch eine karte von laser tape die habe ich in der schule gewonnen und jetzt kommen wir zu meinen tassen hier ist meine vds tasse ja ein punch geld drin hier noch eine vds tasse hier von beste freunde tasse und hier habe ich meine tassen hier habe ich die tasse von meiner freundin also meine cousine und meinen kollegen hier habe ich noch eine harry potter tasse und das könnte man sich selber also manchmal sind diese aktion und da konnte man das kaufen oder auf nutellan gläsern hier habe ich mein lichtbord vor der cds army das sind und hier unten ansteigen spitzel stifte lampe hier steht wortshof wo ich mein wortshof war hier mein stifter halter für tiptoe für tiptoe filzstifte noch mehr filzstifte eine polnische landkarte dann habe ich hier ganz viel gerümpel schultexte und ja und hier habe ich eine auto und hier habe ich eine autogrammkarte von echtso da nochmal von das denn und nele hier nochmal von tiptoe hier nochmal von anton nochmal nele nochmal das denn nochmal nele und von ash5 und hier oben habe ich noch ein harry potter schloss dann habe ich den zug von harry potter dann habe ich mal den ganzen bera getränke und dann habe ich da oben noch so ein basketball korb und jetzt kommen wir hier zu meinem highlight zu meinem vor der ss klamotten hier einmal so ein jumps feud so ein wo vor der ss steht hier steht von der straße im studio hier ist nochmal so eine collagejacke hier ist nochmal so ein zip pudi hier ist meine bauchtasche von camouflage und hier ist noch so eine tasche und noch so eine käppich von denen und ja so leute wenn ihr das video gefallen hat dann lasst einen daumen nach oben da macht die glocke an und schaffen wir 130 abonnenten auf meinen kanal dann kommt was krasses auf euch zu dann werde ich euch meinen ganzen kleiner schrank von innen drin zeigen und ja bis zum nächsten mal leute tschau 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 Vielen Dank.